Guten Morgen! Heute möchten wir etwas die Zahlen üben. Das machen wir mit dem Würfelspiel. Wenn ihr nicht wisst, wie man Zahlen ausspricht, findet ihr in den Links zu diesem Video. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten unten in der Beschreibung zum Video zwei Lieder verlinkt von Alain Lulet, wo ihr nochmal euch die Aussprache aller Zahlen anhören könnt. Ob ihr mitsingen dürft, entscheiden eure Familien. Los geht's. Ihr würfelt. Zum Beispiel habt ihr eine 3 und eine 5 gewürfelt. Und dann sagen wir 3 plus 5 egal 8. Und das macht ihr so lange, bis ihr die Zahlen in- und auswendig könnt. Jetzt geht's gleich noch mit einem Videomitschnitt weiter, wo ich es nochmal vormache, auch mit 4 Würfeln dann. 4 plus 3 egal 7 3 plus 6 egal 9 3 plus 1 egal 4 1 plus 3 egal 4 2 plus 2 plus 1 egal 5 2 plus 2 egal 7 2 plus 2 egal 4 4 plus 1 egal 5 5 plus 2 egal 7 5 plus 2 egal 6 5 plus 1 egal 6 plus 5 égale 12 1 plus 2 plus 1 plus 6 égale 7 égale 9 égale 10 6 plus 1 égale 7 plus 5 égale 12 plus 3 égale 16 und so weiter